Herzlich willkommen auf dem neuen YouTube-Kanal vom Jobcenter Berlin Tempelhof Schöneberg. Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viel mit diesen Kollegen gearbeitet und habe ganz, ganz viele Informationen bekommen. Welche Berufe gibt es? Wo werden Arbeitnehmer gesucht? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich? Und was steht mir eigentlich zu? Und wie läuft es in so einer Behörde? Das alles erfahrt ihr auf diesem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns folgt.